Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute Kapitel 3, Season 3, zusammen mit Marcel. Hallo. Und Leute, ich bin zwar nicht so ein Freund, eigentlich von Battle Pass, aber diesmal lohnt sich das sehr krass. Er kostet zwar 8 Euro, aber man kriegt auch die V-Bugs wieder zurück und ich werde ihn jetzt erstmal holen. So, Teddy Bear? Hallo. Was willst du sagen? Willst du noch was sagen? Ja, bist du endlich bereit nach einer Stunde? Guck mal, ich habe nur das Kind bekommen. Mal ruhe, strich ich auch bald. Bist du bereit? Nein, ich will dich ausrüsten. Nein, aus. Thomas, bist du jetzt bereit nach einer Stunde zu beden? Ja, ich bin bereit. Ich will, ich habe dich nicht gehört. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Oh, was? Wie, 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 wie? Ich habe dich nicht gehört. Ja, ich habe schon wieder 100 zu, 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 zu wieder da. So. Ja, ich bin bereit. Neues Tichteln, neue Karte, neue Wölfe, neues Glück, wieder Level 1. Neues Hilfe für Flamme, bitte. Dankeschön. Hallo? Reichheit! Boah, das sieht schon episch aus. Sie braucht keinen hier, das andere Leute. Oh, danke. Wieder, wieder. Oh, und das ist jetzt auch das letzte Mal, wo ich in letzter Zeit für Fort Decker losgegeben habe. Wirklich? Ja. Das glaube ich nicht. Doch, doch. Juhu, ich sehe, ich sehe, warum hast du eine Übertragung? In der Woche reden wir weiter. Huhuhuhu. Danke, dass du sagst. Was? In der Woche reden wir, wir gehen, das geht dann weiter. Ja, ja. Ja, du bist ein Teil, das gibt es nicht mehr. Was gibt es nicht mehr? In unserem Spot. Nein, das ist das Spot, das gibt es nicht mehr. Nein, das ist dein, gerne. Oh, wie sieht der Battle Bus aus? Was? So bunt. Mein Gott, wohl, er geht nicht. Na doch, jetzt geht er. Ich habe erst mal, ich habe erst mal dem Busfahrer Hallo gesagt. Hallo, stopp. Der sagt mir, ich habe gesagt nur noch, hab' ich es nicht. Alter, schaut euch doch mal die Map an. Das ist mir irgendwie so viel zu, irgendwie, keine Ahnung. Zu viele was? Nicht zu bunt, aber irgendwie so, es passt überhaupt. Die drei. Die, 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 die Buhl, meinst. Allgemein. Das schaut irgendwie aus, wie so eine Welt. Ob du komplett auf Zucker, Orange oder Orange wärst, oder? Es ist so. Wie sollst du mir mal, wenn du Pilze gegessen hast? Also für den, er, guck mal, die Pilze. Für den ersten Eindruck fand ich die andere Map, die alte Map besser. Aber wir schauen jetzt erst mal und das ist nicht hier. Ich gehe zum Pilz, zum Pilz McDonalds und zum Pilz Böger Dracolando. Alter, da ist der auf den Pilz? Der auf den Pilz. Ach, die Häuser sind auf den Pilz, alles klar. Wir haben mitbauen drin, scheiße. Äh, ich hab nur unterbauen, ich weiß nicht mehr. Wenn es nicht mehr... Achso, wenn es, wenn es, wenn es jetzt mal mitbauen, machen muss, dann, äh, dann, äh, schwicherein fort. Du kleiner Bengel. So. Ich weißt du, der Typ, weißt du? Ja. Er, er, die Waffe, ich hab, ich schüßt, ich schüßt mit, ähm, ich hab ihn erlegt mit meiner Pizze, aber ich hab' ich hab' mich draufgelegt, hab' ich mich direkt davor. Okay. Boah, ich hab' mit meiner Spitziger gekürzt, sowieso. Ähm, wo bist du du? Können wir bitte nächste Runde ohne Bauen machen? Oder nächste Aufnahme? Danke. Können wir auch. Oh nein! Äh, wo bist du? Krass. Sieht denn die Welt aus? Das ist ja komplett verrückt. Na, super. Da kann man den Bauen. Oh? So, ich hab ihn. Oh. So. Wir haben kurz angekillt. Ja, falls es bei mir dabei ist, welche sind bei? Alter, sieht das hier verrückt aus, gell? Ja. Ja. Na gut, die letzte Woche sah ich so verrückt aus. So, ich hab nen Taschenriss. Hinten? Ja, hinter dir waren einfach ein Rufner, wo wir sehen. In der Bar. Ja. Hast du mir grad das Leben geratet? Ja, Revolverhead schlägt mir zu. Der Revolverhead. Warte mal, ich trink mal was. Es sind zwar... Ah, es trinkt nicht, ich will mich heilen. Ah, es trinkt nicht, ich will mich heilen. Ah, es trinkt nicht, ich will mich heilen. Es sauft dich schon wieder in den Pforte dann. Saufen ins Pforte dann. Saufen in den Pforte dann. Saufen in den neuen Season. Da wie hin. Genau. Ne, aber irgendwie finde ich das mit den Pilzen gar nicht so schlecht. Es ist auf jeden Fall was Neues. Es schaut irgendwie crazy lustig aus. Oh man. Mir fällt jetzt persönlich nicht so... Welpe! Welpe! Ich will Welpe reiten. Ich bin reiterin Wolf. Jaaaa! Ich muss was du willst. Taco man! A man, a Taco man! Hey, greift er mich noch an? Sie greift mich an! Ich stehe den Talon jetzt reiten! Die Falter muss ihn nicht schüttern oder so, was tun. Ach so, ups. Hilfe! Da habe ich zu mir keine Sicht an, was stimmt, aber ich glaube, ich habe so das Gefühl, weil... Darüber muss ich mich noch informieren! Ah, Hilfe, ich werde vom Wolfsbügel getötet! So, das heilt auch noch Glück. Ja, gut, aber selber klein schützen. Mann, ich will doch nur die Wölfe reiten. Gibt es nicht für dich, tut mir leid. Ich muss mich informieren, wie wir die reiten sollen. Ich hoffe gar nicht. Wieso? Höchst du wirklich? Beim nächsten Stream machen wir keine Panzer... Krieg ist nicht... Was jetzt muss alles auf Wölfe drauf empfangen, reiten die Wölfe in den Kampf oder wie? Aber gibt es jetzt wirklich keine Panzer mehr? Ich glaube mir nicht, weil wir haben mich ja zerstört. Deswegen glaube ich halt nicht. Schade. Ich weiß nicht genau, aber ich tippe, Alter, weiß ich, Mann. Ja... Alter, schaut euch das so mal an! Diese Welt! Diese takulane Sache da drauf. Ja, wir gehen mal langsam in die Zone, würde ich sagen. Ja, wäre schlau. Was... Kommst du? Ja, ich habe vorhin Auto entdeckt. Ja, ich weiß nicht mehr, wo ich es geparkt habe. Ja... Ich bin echt im Leben auch so. Ich weiß nicht mal, wo ich es geparkt habe. Du bist... Du kriegst in so ein Einkommenszentrum ein, ja, ich weiß nicht mehr. Komm mal, Neues. Du meinst genau was Neues. Nein, nein, ich kaufe mir YouTube Money. Kickt ja was, die YouTube Money. YouTube Money. Ich habe bei YouTube jetzt 3 Euro verdient. Du weißt über Twitch. Ja, ich tue nicht. Ja, aber wie viel Geld habe ich schon für YouTube ausgegeben? Das bin ich gar nicht. Ein paar. Ein paar. Sehr viel. Ja. Irgendwann. Ich muss auf der Straße leben. Ja! Ja! Der ist ein Wildschwein. In seiner... In seiner natürliche Umgebung. Wie ein Dokumentarfilm. Nein! Teddybär! Nein! Okay. Oh, Wolf von mir. Warte, ich will gucke euch jetzt heben. Warte! Hallo! Nimm das Fleisch! Ich... 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 Ja! Ja, steck auf, steck auf! Ähm... Warte! So ich töten, holst du einen neuen Wolf? Nein! Der ist halt halb tot, aber ja. Wurscht! Ist mir wurscht! Ich habe einen Wolf! Juhu! Ein Wolf! Der gehört mir! Ein Wolf! Juhu! Hilfe! Ja! Oh nein! 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 Juhu! Komm, Kleiner! Wir haben... Nein, Wolf! Wir haben... Wir haben... Wie hast du ihn jetzt eigentlich geschafft zu 10? Ich habe... Du mit dem Fleisch und ich habe ihn mit draufhucken können. Ich habe keine Ahnung mehr, oder? Nein, nein! Er will zu dir rennen, glaube ich mal. Hier, Fritz! Ja! Ich habe ihn wieder aufhucken! Ich habe ihn mit! Ich habe ihn mit! Hör auf zu Marcel zu laufen! Ich bin jetzt dein Herr! Warte mal, ich habe erst drauf geguckt, bin deswegen... Nein! Nein! Gegner! Wer? Der Gegner! Scheiße! Ich musste den Taschenriss verwenden, sonst wäre ich gestorben. Warum sind die beiden schon tot? Ja, aber die... Aber die... Aber die Burla kam! So, okay... Naja, ich habe beinahe... Ich habe beinahe... 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 Ich habe mich aber... Seid nicht im Schlepp mit der Sniper... Ach... Oh, Alter! Ja, woher gekommen? Hey! Ich habe eine neue... Insel für uns gefunden, zum Start! Oh, ja! Cool! Mein Wolf ist tot! Mein erster... Mein erster... Ja! Die Kugel sind wieder da, weißt du? Also, die ist leer! Diese Kugel, die sich schießen, die sich gewollt... Okay! Okay, wie kann man den bauen? Das ist das erste Mal, wo ich baue, Alter! Ja, ja... Ups! Das sind sogar... Ups, ja... Ist doch gar nicht offensichtlich, wenn ich 10.000 Meter hoch baue... Ja, wo ich... ...dann gut gehen kann... Du bist der, der mich wieder retten muss! Ich weiß... Ich habe übrigens nur noch 15 Leben... Na, ist... Brauchst Heilung? Ja... Ich will nochmal mal ganz kurz die Map von oben... Nein! Nein! Ich bin doch ein Idiot! Nein! Ich bin runtergefallen! Also, du musst mich jetzt retten, oder? Ja! Du musst mich retten! Doch, komm! Ja, ich komm so! Wie weit weg bist du? Ach, du heilige Scheiße! Ich mach wieder nur Mist! Ja, dann treffe mir so... Äh... Ich bin glücklich, ich kann Weltbereit! Das ist das einzigste, was ich will! Ich komme jetzt zu dir! Ich bin gleich tot! Ich sterbe! Ich hab wirklich jetzt den Nahkampf gelost! Ähm... Ähm... Warte mal... Ähm... Warte mal... Wo ist denn deine Karte? Digga, bist du dich irgendwo da drüben? Digga! Hup! Aber jetzt musst du das sein... Ja, guck mal da! Das ist jetzt mies, aber... Ja! Ich probiere dich... Ich hole dich, okay? Okay! Hast du irgendwas, dass ich... Heilen vom Enten kriege ich gar nichts? Nein! Ich hab nichts von Heilen! Ich hätte ja nur noch 15 Leben! Okay... Ah, du hast... Du hast mich da hoch gebaut! Ja! Das war das erste Mal, was ich gebaut hab, Alter! Mhm... Gut zu wissen! Äh... Ja... Ich konnte wenigstens bauen! Was habt ihr da? Hm... Hm... Gut zu wissen! Ich hab heute das erste Mal gebaut und hab das erste Mal einen Wolf gerät! Eigentlich hast du ihn gezähnt, aber wurscht! Ja, Alter! Jetzt ist das Gleiche! Ich hab ihn das erste Mal geritten! Darauf können wir zum Einigen! Markieren mal den Bus schnell! Jetzt geht den ersten, den war am gescheitersten, ja! Jetzt geht! Der war am gescheitersten! Weil der ist nämlich zu einer andere Stadt, der andere! Ja! Jetzt können wir jetzt sehen wir wenigstens mal einen Profi zu, ne? Einen Profi, oder? Ja! Du bist ein Profi! Oh und jetzt? Puh! Ja! Sehr gut! Ähm... Ich sag dir doch, jetzt zu schauen uns Profi zu! Ich wollte es ja anmerken! Ich hab vielleicht 10 kills? Ja... Spoiler... Ja... Ich wollte es ja anmerken! Ich wollte es ja anmerken! ja 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 ich habe noch eine aufnahme von alten season ich glaube die lade sich hoch als wenn ich jetzt komisch hallo weihnachtsmann weihnachtsmann heimankopfnuss super das war der elfte kirche nebenbei ja schön für dich bin zu geteilt werden ja dann lädst du schön auf youtube auf instagram ich bin so blöd ich bin so blöd zu bauen ich kann überhaupt nicht ja auch nicht aber hey wer tut mich einfach wieder ist doch jetzt wurscht hat gründer war ich bin wieder weg ich fliegt direkt oder ja er will ich dich ein bisschen weiter bringen können da hat sie ja danke muss ich nicht weitergehen aber ja ich hole das taxi eigentlich warum es immer wissen die dankeschön mal kurz die ecke was eigentlich trommel wieder da weiß ich nicht ist es auch egal das sind sie mir nur nein ich glaube ich dabei ich kann ich nicht hier gewinnen aber ich wollte sagen dass ich jetzt schon das finale das weiß ich ja war gescheit ich weiß ich habe ein zwei leute die dosen richtig gut bauen können ja ich sehe da hinten spiderman dann greift ich mich der ist da hinten ich will irgendwann versuchen ich habe einen taschenriss ja was für eine waffe die so kann doch die erste runde gut starten also dass das so endet habe ich nicht gedacht ich habe mit allen gerechnet aber nicht damit ok so die erste aufnahme in der neuen season die erste runde und wir haben direkt eigentlich marcel direkt den sieg geholt mit bauen wie viele kids hattest du 13 das war sehr sehr cool so kann doch die erste season doch schon mal so kann auch mal die season doch schon mal starten oder genau wirklich oder ok wir sehen uns beim nächsten mal möchtest du noch sagen nicht viel aber vielen dank schaut bei der nächsten aufnahme oder auf oder auf leider beim nächsten video bei der aufnahme vorbei ich und meinen versprecher bis zum nächsten mal schau dort sich von heute bis zum nächsten mal